Dr. Juvenal Urbino Es war nicht leicht auszumachen, wer gehemmter war, der Arzt in seiner taktvollen Zurückhaltung oder die jungfräulich scheue Kranke in ihrem seidenen Nachthemd. Keiner von beiden sah dem anderen in die Augen. Er fragte mit unpersönlicher Stimme, sie antwortete mit bebender Stimme. Und beide waren sich dabei ständig der Anwesenheit des Mannes im Halbschatten bewusst. Abschließend bat Dr. Juvenal Urbino die Kranke, sich aufzusetzen. Er öffnete ihr mit ausgesuchter Behutsamkeit das Nachthemd bis zur Talie. Einen Augenblick lang leuchtete die stolze und unberührte Brust mit den kindlichen Brustspitzen wie ein Feuerblitz im Dämmerlicht des Zimmers auf. Dann verbarg das Mädchen sie hastig hinter den verschränkten Armen. Unbeirrt und ohne sie anzusehen, schob der Arzt die Arme beiseite und nahm das Ohr an ihrer Haut eine direkte Auskulation vor. Erst an der Brust, dann am Rücken. Dr. Juvenal Urbino erzählte später gern, dass er keinerlei Gefühlsregung verspürt habe, als er die Frau kennenlernte, mit der er bis zum Tag seines Todes zusammenleben sollte. Er erinnerte sich an das spitzenbesetzte hellblaue Nachthemd, an die fiebrigen Augen, an das lange offene Haar auf den Schultern. Doch damals war er so besorgt über den Ausbruch der Pest im Altstadtbereich gewesen, dass er nicht auf all das achtete, was sie als blühendes Mädchen auszeichnete, sondern nur auf das Wenige, was sie als Pestkranke hätte ausweisen können. Die Diagnose lautete ernährungsbedingte Darminfektion. Sie war nach einer dreitägigen Kur mit Hausmitteln überwunden. Erleichtert ließ Lorenzo Dassa sich bestätigen, dass seine Tochter nicht die Cholera hatte. Er begleitete Dr. Juvenal Urbino bis zum Wagenschlag der Kutsche, zahlte ihm den Goldpeso für den Hausbesuch, was ihm selbst bei einem reiche Leutearzt übertrieben hoch schien, verabschiedete ihn aber dennoch mit uneingeschränkten Dankbarkeitsbezeugungen. Am Dienstag der folgenden Woche suchte Dr. Juvenal Urbino ungerufen und ohne irgendeine Anmeldung das Haus zur unpassenden Zeit um drei Uhr nachmittags wieder auf. Fermina Dassa saß mit zwei Freundinnen im Nähzimmer und hatte Unterricht in Ölmalerei, als er im Fenster auftauchte. Untadelig im weißen Arztrock, mit einem ebenfalls weißen hohen Hut, und ihr bedeutete, näher zu kommen. Alles an ihr atmete frische. Dem Arzt fiel auf, dass sie sich, um zu Hause zu malen, wie zu einem Fest angezogen hatte. Durchs Fenster fühlte er ihr den Puls, ließ sie die Zunge herausstrecken, untersuchte ihren Hals mit einem Aluminiumspatel, zog ihr prüfend das untere Augenlid herunter und machte jedes Mal eine zustimmende Gäste. Er war weniger gehemmt als bei dem vorangegangenen Besuch, sie dafür umso mehr, da sie keinen Grund für diese unvorhergesehene Untersuchung sah. Hatte er doch selbst gesagt, er brauche nicht noch einmal zu kommen, es sei denn, man rufe ihn wegen einer neuen Entwicklung. Mehr noch, sie wollte ihn niemals wiedersehen. Sie gleichen einer frisch erblühten Rose, sagte er. Danke. Gott sei Dank, sagte er und zitierte falsch den heiligen Thomas. Denken Sie daran, alles Gute, woher es auch kommt, hat seinen Ursprung im heiligen Geist. Lieben Sie Musik? Er fragte es beiläufig mit einem bezaubernden Lenden. Warum fragen Sie? fragte sie ihrerseits. Musik ist wichtig für die Gesundheit, sagte er. Er glaubte es wirklich. Und sie sollte sehr bald und für den Rest ihres Lebens lernen, dass das Thema Musik für ihn fast so etwas wie eine magische Formel war, mit der er seine Freundschaft anbot. In jenem Augenblick aber verstand sie es als Spott. Außerdem hatten die beiden Freundinnen, die während der Unterhaltung am Fenster so getan hatten, als ob sie malten, jetzt wie zwei kleine Ratten gelacht, die Gesichter hinter den Rahmen versteckt, was Femina Dassa endgültig erboste. Blind vor Zorn knallte sie das Fenster zu. Der Arzt stand perplex vor den Spitzengardinen, wollte zum Ausgang, irrte sich aber in der Richtung. Die Donnerstimme von Lorenzo Dassa ließ den Arzt in der Bewegung erstarren. Doktor, warten Sie! Er hatte vom oberen Stockwerk aus alles verfolgt und eilte nun, sich das Hemd zuknöpfend, die Treppen hinunter, aufgedunsen und rot und mit von einem schlechten Siesta-Traum noch gesträubten Koteleten. Der Arzt versuchte, die Peinlichkeit zu überspielen. Ich habe ihrer Tochter gesagt, dass sie gesund ist, wie eine Rose. So ist es, sagte Lorenzo Dassa, aber sie hat zu viele Tornen. Er ging, ohne ihn zu begrüßen, an Doktor Urbino vorbei, stieß die beiden Fensterflügel des Nähezimmers auf und brüllte die Tochter unbeherrscht an. Du entschuldigst dich beim Doktor! Der Arzt versuchte zu vermitteln, doch Lorenzo Dassa achtete nicht auf ihn. Er insistierte, los, beeil dich! Sie schaut um Verständnis flehend zu ihren Freundinnen und entgegnete dem Vater, sie brauche sich für nichts zu entschuldigen, denn sie habe das Fenster nur geschlossen, damit nicht noch mehr Sonne hereinkäme. Doktor Urbino wollte es mit ihrer Erklärung gut sein lassen, doch Lorenzo Dassa beharrte auf seinen Befehl. Daraufhin kam Fermina Dassa bleich vor Wut zum Fenster, schob den rechten Fuß vor, während sie den Rock mit den Fingerspitzen anhob und machte einen theatralischen Knicks vor dem Arzt. Ich bitte Sie ergebenst um Entschuldigung, mein Herr, sagte sie. Doktor Juvenal Urbino ahmte sie gutlaunig nach und schwenkte wie ein Musketier seinen Hut vor ihr, wurde jedoch nicht mit dem erwarteten Lächeln belohnt. Lorenzo Dassa lud ihn dann in sein Arbeitszimmer zu einem Versöhnungscafé ein. Und Juvenal Urbino nahm bereitwillig an, um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass in seinem Herzen auch nicht die Spur eines Grolls zurückgeblieben war. Eigentlich trank Dr. Juvenal Urbino außer der einen Tasse beim Frühstück keinen Kaffee. Er trank auch keinen Alkohol, außer einem Glas Wein zum Essen bei feierlichen Gelegenheiten. Jetzt trank er jedoch nicht nur den Kaffee, den Lorenzo Dassa ihm anbot, sondern nahm auch ein Gläschen Anisschnaps. Er trank dann noch einen Kaffee und noch ein Gläschen und noch einen und noch eines. Obwohl er noch Hausbesuche zu machen hatte, am Anfang hörte er sich aufmerksam die Entschuldigungen an, die Lorenzo Dassa im Namen seiner Tochter vorbrachte. Eines, wie er sagte, ernsthaften und intelligenten Mädchens, das eines Prinzen von hier oder anderswo würdig sei, aber eben diesen einen Fehler habe, störsch wie ein Maultier zu sein. Sieben Uhr war vorbei, als er hinter Lorenzo Dassa das Arbeitszimmer verließ. Dieser begleitete ihn bis zur Kutsche und versuchte ihm, den Goldpeso für den zweiten Hausbesuch aufzudrängen. Juvenal Urbino nahm ihn jedoch nicht an. Daheim hörte Dr. Juvenal Urbino seine Mutter, ohne zu hören, was sie sagte. Er hielt sich am Türrahmen fest und machte dann kehrt, um zu seinem Zimmer zu gehen, schlug aber in einer Explosion von erbrochenem Anis der Länge nach hin. Heilige Maria, Mutter Gottes, schrie seine Mutter. Da muss schon etwas sehr seltsames geschehen sein, wenn du dich zu Hause in einem solchen Zustand blicken lässt. Das Seltsamste war jedoch noch nicht geschehen. Dr. Juvenal Urbino nutzte den Besuch des bekannten Pianisten Romeo Lussich, der einen Zyklus von Mozart-Sonaten vortrug und ließ das Klavier der Musikhochschule auf einem Maultierkarren schaffen, um Vermina Dassa eine Serenade vorzutragen, die Geschichte machte. Sie wachte bei den ersten Takten auf und musste nicht durch die Spitzengarninen des Balkonfensters schauen, um zu wissen, wer diese außergewöhnliche Huldigung angeregt hatte. Sie bedauerte nur, nicht den Mut anderer verärgerter Jungfrauen zu haben, die den Nachttopf auf den Kopf des unerwünschten Verehrers gelehrt hatten. Lorenzo Dassa hingegen zog sich im Verlauf der Serenade hastig an und nachdem sie zu Ende war, bat er Dr. Juvenal Urbino und den Pianisten, die nach dem Konzert gleich im Abendanzug gekommen waren, in den Salon und dankte ihnen mit einem Glas guten Brandy für das Ständchen. Der letzte Versuch Dr. Urbinos bestand darin, Schwester Franca de la Luz, die Oberin der Schule Präsentacion della Santissima Vilgen, als Vermittlerin einzuschalten. Diese konnte sich nicht dem Anliegen einer Familie verschließen, die den Orden seit seiner Niederlassung in Amerika gefördert hatte. Sie erschien um neun Uhr morgens. Die Nonne war eine viril anmutende Deutsche mit einem metallischen Akzent und einem herrischen Blick. Es gab nichts und niemanden auf dieser Welt, den Fermina Dassa mehr hasste als diese Frau und alles, was mit ihr zu tun hatte. Schon bei der Erinnerung an ihr falsches Mitleid spürte sie im Leib ein Stechen wie von Skorpion. Schwester Franca de la Luz begrüßte sie hingegen mit einer Begeisterung, die ehrlich zu sein schien. Sie staunte darüber, wie groß und reif Vermina geworden war und lobte die Umsicht, mit der sie den Haushalt führte, den geschmackvollen Patio, das Kohlebecken mit den Orangenblüten. Es war ein kurzer und schroffer Besuch. Schwester Franca de la Luz verlor keine Zeit mit Präliminarien. Die Person, die alles verdient und deren einziger Wunsch es ist, dich glücklich zu machen, sagte die Nonne, weißt du, wer das ist? Da begriff sie. Sie fragte sich, mit welcher Berechtigung eine Nonne als Liebesbotin auftrat, wagte aber nicht, das laut zu sagen. Anstattdessen sagte sie ja, sie kenne diesen Mann und wisse deshalb auch, dass er keinerlei Recht habe, sich in ihr Leben einzumischen. Er fleht dich nur um eins an. Du sollst ihm die Gunst eines fünfminütigen Gesprächs gewähren, sagte die Nonne. Ich bin sicher, dass dein Vater einverstanden sein wird. Vermina Darsars Zorn wuchs bei dem Gedanken, dass ihr Vater ein Komplize dieses Besuchs sein könnte. Wir haben uns zweimal gesehen, als ich krank war. Sagte sie. Jetzt gibt es keinerlei Anlass dafür. Für jede Frau mit zwei Finger breit Stirn ist dieser Mann ein Geschenk des Himmels, sagte die Nonne. Sie sprach dann von seinen Tugenden, von seiner Gläubigkeit, dass er sich dem Dienst am leidenden Nächsten verschrieben habe. Während sie redete, schüttelte sie einen goldenen Rosenkranz mit einem aus Elfenbein geschnitzten Christus aus ihrem Ärmel und fuchtelte damit vor Vermina Darsars Augen herum. Es war eine Familienreliquie, mehr als hundert Jahre alt, von einem Goldschmied aus Siena geschnitzt und von Clemens IV. gesegnet. Es gehört jetzt dir, sagte sie. Vermina Darsars spürte, wie er das Blut durch die Adern stürzte und fasste Mut. Ich begreife nicht, wie sie sich über so etwas hergeben, sagte sie, da für sie Liebe doch Sünde ist. Schwester Franca de la Luz überging diese Bemerkung, doch ihre Lieder röteten sich. Sie ließ den Rosenkranz immer noch vor den Augen des Mädchens pendeln. Du tätest gut daran, dich mit mir zu verständigen, sagte sie, denn nach mir könnte der Erzbischof kommen. Und das ist ein anderes Lied. Er soll nur kommen, sagte Vermina Darsar. Schwester Franca de la Luz versteckte den goldenen Rosenkranz wieder in ihrem Ärmel. Dann holte sie aus dem anderen ein nicht mehr ganz frisches, zusammengeknolltes Taschentuch, behielt es in der geschlossenen Faust und schaute Vermina Darsar von weit her mit einem mitleidigen Lächeln an. Vermina Darsar schaute die Nonne an, aber ohne mit der Wimper zu zucken, schaute ihr fest in die Augen, sagte nichts, während sie still mit ihrer Empörung kämpfte, bis sie mit unendlicher Genugtuung bemerkte, dass sich die Männeraugen der Nonne mit Tränen füllten. Schwester Franca de la Luz trocknete sie mit dem Taschentuchknäuel und stand auf. Dein Vater hat völlig recht. Du bist ein Maulesel. Dein Vater wurde die Männeraglanz wieder in seinen Handelskopf. Schaute um Re computational zu伊ttци schoßen . Vielen Dank.